Musik Musik ein bisschen höher so excellent ...und ich filme dir ok posted dann wieder als klein Das ist auste Es ist einfach... Es ist einfach... Es ist einfach... Sie sehen, es ist alive? Nein. Ich denke, du hast es ausgedrückt und ausgetauscht. Es ist nicht mehr, aber ich will es versuchen, es ist sehr einfach. Ich nehme es von hier. Ja. Ja. Das ist ziemlich leicht. Wie solltest du das? Du siehst? Du siehst? Du siehst? Oh, du siehst du das? Ja, du siehst du das? Es ist wie ein Eis-Pop. Haha, du siehst du? Okay, also, du siehst du das? Du siehst? Du siehst? Ja, du siehst du siehst. Wieso hast du das? Du siehst du siehst? Du siehst du siehst du siehst. Es ist schlecht. Du siehst du siehst? Ja. Du siehst du? Ja, definitiv. Alright, jetzt werden wir sie in die Piste. Und dann werden wir siehst du siehst. aus und decken die Piste auf. Die Piste. Wie sieht man, einfach auf die Flasche. Das ist alles. Das ist alles. Also, ich muss es hier. Ähm, ich muss nur die Flasche machen. Nur die Flasche. Und das ist alles. Und jetzt gehen wir in die Küche, und wir kuchen. Die Recon. Die Recon, ist es gut? Ja, definitiv. Ja? Ja. Wir sehen. Okay. Mit dem Öl. Und auch mit dem Garlick. Und dann, wir sehen uns später. Okay? Weil es dauert Zeit, okay? Let's do it. Kannst du sehen? Ja? 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 Okay, oder? Ich möchte jetzt ein bisschen Wein, jetzt. So, 5, 2, 3. Und wir lassen es noch ein bisschen mehr. So, was du rechonest, der schmeckt? Ich denke, es ist ein bisschen Wein, Zauber, Zauber, Zauber und Eel. Und etwas Salz. Und etwas? Salz. Ah, all right. So, putz ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Pfeffer. Und? Jetzt. Und Pfeffer. Und Pfeffer. Und Pfeffer. Jetzt. Und jetzt. Und Pfeffer. Und jetzt. So, you tell me, what do you reckon about this sauce? Mmm, it's delicious. Yeah, yeah. What do you think is on it? Wine. Wine. How do you know it's wine then? Because you can see. Yeah. It was strong, do you think, with the wine? No. No? I think it's a bit strong. So, we'll put a bit more water then. Yeah, just a bit. Okay. Smidge. Yeah? Smidge. Smidge. What's the time? So, this is the time as well. Quarter? Three. Quarter past three. So, it takes time. Done. Okay. Put it on the piece. And probably water. I'm going to have a little more water. It's too strong. Yeah. I'm going to have a little bit. I'm going to put it on the piece. I'll put it on the piece for me. Do you want one? Yes, please. So, one edge. You want one. Yes. Can I wash it on the piece? That will be the laundry. I'll wash the time. Up three, eh? See? So, soon will be done. When the water reduces now. Was ist das? Es ist schön. Es sieht, jetzt sehen wir. Loren, check this. So, was du record? Es ist gut. So, das ist es. Eine Stunde. Okay. Stop. How many of these do you want? You still want to go? You want another one? Yes. Okay. Okay. Sorry. I still think that I put too much wine. That sauce is the flavor. What do you reckon? It's delicious. Another one then. Two for you. Two for you. Two for you. One. That's one. Two for you. Two for you. Okay, put me the piece. Alright, piece. No problem. Two for you. Did you? Where did you get it? Under a rock. And that same day we caught an eel. Yeah, it was. Yeah, it was. Okay then, look at that. This is the end. Look at this, look at this. How many did you get? Three. Of what? Of eight. Only, of me three. You got how many? Um, four or five. And you? Four. That's alright. We got like three each. Three, four. Okay. And that's it.